Mein Freund, herzlich willkommen auf dem Kanal, der dich für dein Wing Chun hoffentlich weiterbringen wird. Was ist da los? Ja, wir beschäftigen uns heute wieder mit einer Community-Frage bzw. Community-Anmerkung. Und ich bin hoch erfreut. Immer so nette, sympathische, manchmal kritische, manchmal Lobeshymnen, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall bin ich immer hoch erfreut, schöne Kommentare zu bekommen, auf die wir dann hier eingehen können und die dich auch interessieren dürfen, denn es kommt ja aus der Community. Und das ist natürlich hervorragend. Und unter dem Video Martial Arts is Junk, die Reaktion zum guten Axel aus Hamburg, da oben ist das Video, Grüße gehen raus, lieber Axel, haben wir natürlich auch Kommentare bekommen. Und der gute Nico hat etwas geschrieben dazu. Und Nico, äh, ja, das werden wir hier mal anschlagen. Und Nico hat nämlich gesagt, ich besitze selbst zwei Lehrer gerade in der EWTO. Nico, kannst du mal in die Kommentare schreiben, was die gekostet haben? Meine ich überhaupt nicht negativ, ich möchte gerne mal wissen, was das kostet, bis zum zweiten Lehrergrad bei der EWTO zu kommen. Wie dem auch sei. Für mich ist mittlerweile vieles zu esoterisch und zu überladen. Es wird sowohl das Traditionelle herumgeschleppt, als auch das Moderne. Der Bezug zum Kampf schwindet hier immer mehr, da der Schüler nur noch damit beschäftigt wird, seine Hände von außen nach innen zu drehen oder von unten nach oben, etc. Welchen Sinn das für die Praxis am Ende hat, weiß ich nicht. Äh, das ist traurig. Klingt komisch, ist aber so. Also ich glaube, das, was der Nico hier schreibt, ist genau das, was der Axel in seinem Video, worauf ich reagiert habe, kritisiert hat. Denn da bist du in einem Verband, hast zwei Lehrer gerade, machst da irgendwas und am Ende sagst du, welchen Sinn das für die Praxis hat, weiß ich nicht. Das ist doch mal richtig bescheiden. Also das ist doch, das ist doch schrecklich. Das ist doch, ich glaube, in einer Klassenarbeit würde stehen, am Ziel vorbei. Oder Aufgabe nicht erfüllt. Jetzt nicht für Nico, sondern für die Trainer, für denjenigen, der es ausübt. Und dann bist du so lange in einem Verband, in einem großen Verband. Ja, und dann merkt man jetzt von jemandem hier, Zeitzeuge, Wing Chun ist für mich mittlerweile viel zu esoterisch, viel zu überladen. Ja, das kann ich mir längst vorstellen. Ich habe ja schon mal zu Kernspecht eine Reaktion gemacht hier oben. Könnt ihr euch mal angucken. Und das ist auch genau das, was ich kritisiere, wenn man sagt, okay, ich halte mich viel zu sehr mit diesem ganzen Kampfkunstgedöns aus, wenn es dann nicht darum geht, die Leute können nicht kämpfen, die Leute machen kein Sparring oder sowas. Das ist richtig schlecht. So, der Bezug zum Kampf schwindet immer mehr. Ja, das glaube ich. Also es ist ja nicht schlimm, wenn das so ist. Also es ist ja nicht schlimm, wenn man das so kommuniziert. Also wenn ich sage, ich gehe zum Ballett, dann weiß ich, da lerne ich Ballett. Und wenn ich sage, ich gehe zum Schwimmen, dann weiß ich, ich lerne Schwimmen. Ob das nachher Brustschwimmen ist, Kraulen, Rückenschwimmen, erst mal völlig egal. Aber erst mal lerne ich Schwimmen. Ja, irgendwie über Wasser bleiben. So, und wenn ich zur Kampfkunst gehe, dann denke ich, ich lerne Kampfkunst. Und nicht nur Kunst, Kunst, sondern Kampfkunst. Und dann möchte ich ganz gerne auch lernen, wie man kämpfen kann. Und wenn dann die Erkenntnis nach zwei Lehrergraden kommt, Leute, welchen Sinn das alles hat für die Praxis. Also wenn ich jetzt angegriffen werde und ich stelle mir vor, der Typ da vorne, ja, tätowiert mit solchen Oberarmen, der greift mich jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich den wegrasieren kann, ob ich den wegmachen kann. Dann, dann, dann habe ich doch das Ziel nicht, äh, nach zwei Lehrergraden nicht erreicht. Also wenn ich sage, ich möchte gerne kämpfen lernen, um mich auch in einer Situation verteidigen zu können. Ja, dann, und ich merke, ja, das war alles völlig sinnfrei. Ja, dann ist das natürlich ein großes Problem. Also Nico, bitte, ne, das meine ich nicht, ich meine dich nicht. Ich meine, ich will dich nicht angreifen. Also du bist jetzt außen vor. Ich finde es schlimm und schade, was mit den Leuten gemacht wird. Was die Trainer mit den Leuten machen, die das nicht vernünftig rüberbringen. Und das ist eigentlich das, was ich so kritisiere. Ja, die Hände von innen nach außen drehen und nach oben und unten. Ja, er meint natürlich das Chisau. Also gehe ich mal von aus, dass du das Chisau meinst. Chisau, klebende Arme, klebende Hände. Ich wurde letztens mal gefragt, hey Dom, wann kommt denn mal auf deinem Kanal ein ordentliches Chisau-Video? Ja, äh, Chisau kommt dann, wenn ich Leute habe, die es auch können. Punkt. Und bei Erstellung dieses Videos waren meine Leute noch nicht so weit, Chisau zu können. Das ist so. Und warum waren die nicht so weit? Ja, weil die erst einmal selbstverteidigungsfähig werden sollen. Chisau ist ein schönes Gimmick für das Training. Aber die müssen erst einmal lernen, wenn die angegriffen werden, was mache ich jetzt? Wie verteidige ich mich? Wo schlage ich hin? Wo habe ich meine Hände? Wie positioniere ich mich? Wie bewege ich mich? Das lernt man nicht durchs Chisau. Und deswegen gibt es bei mir auf diesem Kanal, wie gesagt, Standerstellung dieses Videos, nur rudimentäre Chisau-Videos oder Videos über Chisau. Rudimentär. Noch nicht das, was man unter Chisau so versteht. Wird kommen? Hab Geduld. Begleite uns mit einem Abo. So, auf jeden Fall. Dann verpasst du das auch nicht, wenn es denn dann so weit sein sollte. Habe ich aber auf jeden Fall natürlich noch vor, weil es einfach zum Wing Chun, zu dem, was wir machen, natürlich dazugehört, wie das Salz in der Suppe. Die Essenz des Wing Chun gehört nochmal zum Wing Chun. Und Schwierigkeiten bereitet mir einfach, dann so ein bisschen festzustellen, okay, ich bin jetzt in einem sehr, sehr großen Verband. Ist jetzt völlig egal, was das für ein Verband ist, ob es die EWTO ist oder irgendein anderer. Völlig egal, wo die Reise hingeht. Und ich möchte gerne Kampfkunst trainieren oder das Kämpfen trainieren. Und man lernt es da nicht. Man lernt dann da irgend so ein esoterisches Rumgeschwurbeln. Und das ist ja genau das, was ich auch kritisiere. Und ich weiß, es gibt Schulen, die machen das weniger. Es gibt Schulen, die machen das mehr. Aber hier ist es jetzt ja nun mal jemand, der es am eigenen Leibe, zwei Lehrer gerade gemacht und am eigenen Leibe erfahren hat. Und er beschreibt das jetzt hier so, der Nico. Und das ist natürlich ein Ding, wo ich mir dann denke, ja gut, okay, das ist natürlich nicht zielführend. Das heißt also für euch da draußen, wenn ihr Wing Chun trainieren wollt und das vernünftig machen wollt, da müsst ihr euch erst mal darüber im Klaren sein, was möchte ich mit dem Wing Chun überhaupt für einen Zweck erfüllt wissen. Ich möchte gerne wissen, möchte ich das jetzt gerne machen für meine seelische Ausgeglichenheit. Gibt es ja. Mental so ein bisschen runterkommen, also Philosophie, meditieren, ruhiger werden. Biete ich nicht an. Aber gibt es ja, dass man das möchte. Da muss man sich entsprechend auch diesen Verband suchen. So, und dann gibt es Leute, die sagen, ich möchte ganz gerne mit Wing Chun im Ring zustande kommen. Ich möchte Kickboxer wegrasieren. Ich möchte Boxer wegrasieren. Ich möchte die handeln können im Ring, im Oktagon, im sportlichen Wettkampf. Wann muss man sich eine Schule suchen, wo man genau das bekommt? Biete ich nicht an. Ist die Wahrheit. Oder ich sage, ich möchte gerne mit Wing Chun stark werden für den Konflikt auf der Straße, in einer Selbstverteidigungssituation. Ich möchte mich zur Wehr setzen können mit dem System. Ich möchte, wenn ich angepackt, angegriffen werde, ausgeraubt werde, ins Schwitzkasten genommen werde, gewürgt werde, wie auch immer, möchte ich dann verteidigungsfähig sein. Auch wenn ich mit Gegenständen angegriffen werde und so weiter und so fort. Also für die Selbstverteidigung. Biete ich an. Also ich kann das tatsächlich. Also ich muss erst mal wissen, was will ich mit meinem Wing Chun überhaupt bezwecken. Und danach muss ich dann leider gucken, wo ich mich hinbewege. Und jetzt gibt es nun mal Verbände, die bieten nur einen Teilbereich von den drei Sachen an, die ich gerade erzählt habe. Von allem ein bisschen, aber nichts richtig, sagt man so schön. Und es gibt Verbände, die haben sich auf bestimmte Dinge spezialisiert. Und da muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Und dann funktioniert das auch. Da wird man auch nicht enttäuscht, wenn man dann mit zwei Lehrergraden da rausgeht und sagt Also auf diesem Kanal bekommt ihr jedenfalls Selbstverteidigung und auch ein bisschen Fitness und ein bisschen Wing Chun und ein bisschen mehr. Und das schaut ihr euch an. Und das sind wir fein miteinander. Seid lieb und nett miteinander. Und wir sehen uns im nächsten Video. Trainiert gut und hart. Dom ist raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.